Das ist das Programm, der Grund auf lebende Hoffnung. Ihr Redner ist Rudi Niefeld. Ich begrüße Sie in den Namen von Jesus Christus. Wir wollen die Bibel aufmerken in Johannes Kapitel 14, 26 und 27. Hier in Johannes Kapitel 14, 26 und 27 So wie es Gottes Wort lese. Wenn wir diesen Tag beobachten, dann sehen wir, Jesus sagt, wir sollen uns nicht fürchten. Und wir kriegen an jeden, der sagt, in Johannes saßt ihr in Vers 33, in dieser Welt habt ihr Angst. So wenn wir denken, was haben wir Angst für in dieser Welt und was sollen wir nicht für Angst haben, das ist vielleicht eine lange Botschaft. Wir würden uns von diesem Tag unterholen, wo Jesus sagt, hab nicht Angst, fürchtet nicht. Jesus gebt uns nicht sinnfreud, aus der Welt gebt, sagt ihr in diesen Tag. Jesus sagt, luht ihr nicht, dort hört paar Aureen, entfällt ihr nicht. Die Freude ist, was sind Sachen, wo die Menschen dort dollste für Angst haben in dieser Zeit. So wir sind in dieser Welt, wo sehr viele Anzeige herangeht und wir nicht mehr erwarten, was Mario wird sehen. Keiner von uns doch dort, wie würde diesen Tag, das Juh, durchsetzen. Dass wir nicht mehr ans Gedanke werden. Und von der, wo seid wir dort. So wird, was ein Gehörnerhäuser passiert, weiß ich nicht. So wird, soll wir für Angst haben, oder wird, soll wir nicht für Angst haben. Von der, wo ich bloß ein paar Dinge beobachten, wenn wir denken an diesen Tag, wo Jesus sagt, verhört nicht, ich habe die Welt überwunden, wenn der Seite bei uns steht, und verhört nicht, wenn ich sie mitgehe, sagt er, seine Jünger. Und so wird von der, wo schon da auch noch wahr sein. Jesus ist mit allen wahrergeborenen Menschen. So als wahrergeborenen Menschen oder Anbekehrte, die haben Angst in diesem Tag. Viele wahrergeborenen Menschen haben sehr Angst. Viele Anbekehrte haben noch viel Angst. Dann sind es so, wo wir es glücklich sind, und hier sind es in jedem neuen Raum. Hier sind es Sachen, wo Menschen für Angst haben. Und die Frage ist, sollen wahrergeborenen Menschen Angst haben? So, wenn wir von der Länge gehen, und ich will ein paar Dinge beobachten, wo wir sehen, wo Menschen von der ersten Tag sehr Angst haben. Die erste Angst ist, dass die Fonds, als dort redende Bild, wo dort in der Offenbarung von Reden steht. So viele Menschen haben von der ersten Tag Angst, dass dort die Fonds, wo wir in unserer Hänge mitdrehen, und meist nicht, ohne die in dieser Welt allein kommen, so dass die Welt abgestaltet ist, haben die Menschen Angst mehr. So als dort Fonds, was ich in der Hand habe, oder in der Pfot mitdrehen, als dort dort redende Bild, wo die Offenbarung von Reden steht. Wir wollen im Offenbarung Kapitel 13, auf der ich 5-10 gehen, und ich will den Tag zu lesen, und dann will ich ein kleines Bild anzeichen geben, was die Bibel uns lebt. Na, von Barung Kapitel 13, von Alf anfangen gesagt, und ich sage, eine andere Tür, aus der Erde rauskommen, dort hat zwei so hene als ein Laam, und red so als ein Draak. Und das Eif, das erste Tür, seine Macht, alle verhemd uit, und bringt die Erde, in die Dürböwenwohnung, beton, das erste Tür, die Geheilde Wund, Doudeswund, anzubedden. Und das große Wundertecken, merkt sogar für die Menschen zu sein, wie von Himmel ab die Erde fallen. Und weil es am dort, wie gehebt worden, für das Tier, tegänzendäunen, verlet heute, dadurch, all die ab die Erde wohnen, und befahl die Erde, Bewohner, ein Bild zu merken, das Tier zu ehren, das mit dem Schwert, wie verwund, in Oberdach lebt. Und am Wort, das gehebt, in das Bild von dem ersten Tier, lebenden anzugeben, dass es reden kann. Und dass es auch all die, die das Tierbild, nicht anbieten würden, doden merken kann. Und er brach das auch dadurch, dass bei kleinen Graut, reken, arm, frei oder versklauft, in teken, ab der rechten Hand, oder am Stirn, gehebt wird. Und dass keiner, zuipen oder zuipen, die nicht das teken, oder das Tier, die Nummer hat, oder das Zoll, das für die Nummer steht. Das Verhältnis weiß es, wer dort verstorben kann, dem lässt das Tier die Nummer taubteilen, weil es dort eine menschliche Nummer, die Nummer ist, das, das, das. So, man diesen Tag, kann man ja irgendwie Angst nennen, wo die Menschen verangst haben von dem. So, die erste Frage ist, erst ans Fällen, das redende Bild, wo dort hier eine Offenbarung von redet hat, wo viele Menschen, von der auf ihr Angst haben. Erstens, wir als Frau wohnen, wo das Bild abiert sind. Dort, die erste Frau, wo wir verstehen, in Gottes Wort. In der Tät, ihr habt das andere verstanden, nur diesen Tag, in der Tät, wo das Tier, in das Meer, und das Tier, in der Erde, in Kraft sind, ab dieser Erde. Das ist Nummer eins. So, auf dem Bauernkapitel 3, von 1, der ich hier, in der Red von, das Tier, wo es unter dem Meer kommt. Und dann, das nächste, wie von all der 8 Tieren, wo ich gelesen habe, dass das Tier, wo es unter dem Meer kommt. Kalt vor vor, diese Tiere sind Menschen. Das sind nicht wilde Tiere, so aus, vielleicht ein einzig Leben. In der Bibel, fehlt mal, das Tier wird gebraucht, aus einer, so einer, gottlose Macht. So, das erste Tier, wo das hier von redet, wo es unter dem Meer kommt, wo der Antichrist ist, wo ein Tag abgestoßen wird. Der ein Mond, wo die Welt regiert. Das zweite Tier, wo die Erde kommt, wo der falsche Prophet ist, noch eine Person, wo ein Tag, wo der Erd ist, wo es unter dem Tag gibt, wo es unter diesem Tag gibt, und wo das erste Tier, die Macht gibt. Da wird sich nicht die Macht nehmen für sich selbst. Der falsche Prophet, wird nicht die Ehr nehmen für sich selbst, die wird alle Ehrer nur dem Antichrist geben. Wo es so tun werden, wird sein, es ist so tun, und das Fleisch, wird von so tun, wird geregiert worden. So, hier sei wie, dort wo neuer, wird das Bild abgehört kommen. Uns ist nicht viel beschrieben, über das Bild, ob es dort wirklich lebenhaft, oder bloß so laut, in welchem das wird Leben haben. Wir seien dort, hier ist uns ein Bild von beschrieben, und dort wird so sein, als Leben, nicht, kann so tun, Leben geben. Nur, die Schrift, nur sei wie nicht, bloß Gott kann Leben geben, in Leben nehmen. So, wo dort gerade oder wird ausfallen, kann man nicht ganz hundertprozentig verstehen, und noch nicht, ob es für nur sei wie, das Bild wird so büder, wie ich nicht sein, und wird Menschen noch nicht, ob ich es beleucht habe. Was klar ist, dass all die, die dort nicht anbeten wurden, wurden dort gemerkt, wurden seitens diesen Tags. Das wird in der Med von der 7-Jahr-Triebsalstät, in Jerusalem, in der Juden, ihr Tempel, wird abgestaltet. Und wo haben wir eine biblische Anwendung zu bennen? Wenn wir nur Daniel Kapitel 9, Vers 27 gehen, du redet von den Tags, wo die 70 wegbestimmt sind, für Gott sind falsch, in der hellige Stadt. Nur Gott sind falsch, ist das Volk Israel, der hellige Stadt als Jerusalem. Aber in der 27. Vers, sagt es uns, steht, der König wird mit Fehler einen schweren Bund merken, für eine Weg von Jahren, in der Med von der Tiet wird heute so ran bringen, dass die Apfer in dem Tempel abhören worden, und das abschessliche Bild wird dem Tempel in Anrennen bringen, weil Gott sind gerecht, er war am Tjamm. Ich will nicht das einzeln erklären, wenn es Tiet hat, aber hier sei, wo die Tags von Rede gewartet, der König wird hier in Kraft als von Rede der Antichrist. Und wenn die in Kraft kommt, wird er in Bund mit einem Volk und besonders das Volk Israel zu Fried machen. Und er wird ein Bund machen, und dann sagt er, in die Med von Tiet was he dort so ran bringen und die goven in Tempel hier waren. Was bedeutet das? Das bedeutet dass ein Antichrist kommt und die Menschen waren in der Welt der Jahr waren in Bund Israel und was passiert was er was to give dass sie waren von dem Olden Testament. Das was sie sie haben von Israel auf sie sie die kre die Israel ent be die sie die Messias. und was die war in Jerusalem in die ersten dreieinhalb jahre wird die Tempel gebeten worden und das Volk Israel wird von dem Tag durchgebracht gelegt und dann wird so die Antichrist einführen und das Volk Israel wird da dann sagt es ab mit von dem Weg in Offenbarung Rabir sagt in dem prophetischen Kalender von wo Gott mit dem Israel schaffte immer mit Wege von Jahren und er kann nicht dem Donner angauen aber du hast eine ganz Erklärung werden was das ganz Taub bringt diese 70 Wege mit Jahren zu tun ein Weg ist 7 Jahren ein Jahr von einem Dach getaucht ein Weg so ein Weg hier ist 7 Jahren und ab dem Welt von 7 Jahren wurde Antichrist in Jerusalem im Tempel das Bild abstrahlt mit das Bild wurde abgestrahlt dort so ist lebendig dort reden können dort wird büder gewinnig sein als Menschen noch nicht erlebt haben und was passiert ist dass wir dort nicht wo Raum werden was nicht merken war so wenn es passiert ist dort das Bild wird in diese Welt ankommen in der Taukunft in der Med von der schrecklichste Tid wird noch kommen die Seben Joach Triebsel steht das von dem Bild wird in Kraft kommen und wird nennen kommen was wir noch können sagen das licken sich mit dem Bild ich nicht lesen aber du lese von dem Bild das Neube kann nicht abstellen das gold Bild und wer dort nicht haben werden die wird in vier oben gespringen waren und wir sagen dort Daniel seine drei fremden kriegte jen dann die Tid Daniel selbst wie nicht ran die wie anders in Babylonien aber diese drei fremden was in zold er an bered deiden ich an besein wot pesein es meit in den glähen den oben an wot zeven mal heit a im akward os jwain e fear and dach beword got they so hier did Bild wurde an offenbar von rät die wot neube kat neid as an hann was what antichrist were done so when I camp did buildup in med van de seven jord trebs al sted when I word in de judea temple what in de is to dren of jord you boot war and what did build up just war and did build what built so the free was as on phone dot build no biblische prophet sale need as ne on phone have not built to done the phone what we not have not what is not the technology what is not filled all for me as I can do from the old day to live and we believe that yet will help me better but later what will have to better so that phone what we have have nothing built to do that build camp in the time and that what was on the time that that said not what that was that that in the mat that that was that was that the next angst where people have great angst is the second angst so the question is what did that moment that sat 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 on an electronic chip that we did not know and we were here to have that that is what that is I will you in card for foot for to understand what we saw in the of bar cap sat 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 there do think we that what we all les did cap 13 what did the 18 verse of the chapter of the verse 18 and how brought that what we said when this teaching come what that would on the right to understand or am steering that is clear when the Bible read that so when antichrist in the false profite and the technology in other way the modern world broken to the economy where the economy where the deal is that 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 mold take not we the technology in that mold take in the mold now that is a wichtig to begripe no biblische prophezeiung no do we not in angst live do the technology in the modern world what the false prophet and antichrist broke to the mark the world when the world so we do the world and the world the world electronic and we don't leave it from the ocean there have so so viel Technologie, so viel Macht in dort, oder hat die Welt so viel Macht in dort, dass die ganze Welt verbringen und zu können mit der Technologie. Gewisse lang drehen, wir sind von uns, die Ältesten hier sind, gar nicht so alt unbedingt. Und uns denkt dann noch, als wenn wir in Bräuch schrieben, dann geht das drei Monate weiter, was durch wir. Und dann geht es dann einmal drei Monate weiter, weil wir uns drei schrieben, und dort geht es von ungefähr sechs Monaten, wenn wir in Bräuch schrieben. Von der ersten Tag bedeutet das nicht drei Sekunden, weil wir in Bräuch schrieben. So böse ich jetzt von der ersten Tag. Und dort, wenn wir so lange drehen, wenn dort so langsam ging. So die technologiehafte Welt ist sehr böse verbunden, und auch gleich persönlich, dort wird sich noch ein bisschen besser verbessert. Du hast gesagt, wir sind die vierte Generation von Technologie, und du hast nicht gesagt, von der fächten Generation Technologie, wo dort die Bräuchte besser steht. Da ist noch viel böse, das wird wie von der ersten Tag keine motiviert werden. So da wird sich alle Nachbüse verbinden, all dem Tid. So noch einmal, wenn andere Schritte und die falsche Profite, und die Technologie, in anderen wie die moderne Welt brücken, um die Macht zu kriegen, über die Ökonomie, dort gilt, durch das Maltecken, mit wie die Technologie, in das Maltecken, Sass, 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 in den Einhöhlen. So wo wollen wir dort in den Einhöhlen, in der Bibel noch? Das Maltecken Sass, 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 ist nicht elektronisch, und hat auch nichts mit der Technologie zu tun. Die Jugendmacht ist einer, doch heute nicht bleiben. Lass mich erklären. Die Bibel sagt hier, und es sitzt hier in der Versch, und er braucht das auch dadurch, dass beide kleinen Gräuwen, Rücken, und Freie oder Verschloft, in die Technologie, auf der rechten Hand, oder umstehend, gegebt wird. Die Bibel merkt das klar, das wird in die Technologie, auf der rechten Hand, oder umstehend, was sichtbar ist. Das wird nichts mit der Technologie in der Elektronischen zu tun haben. Das ist ein Technologie, wo es in Brenn sind, oder vielleicht auch in einem Tattoo, ich weiß nicht, das ist nicht klar. Aber die Bibel merkt das klar, oder was in der Technologie ist, was hier ist, ist am Stirn, und jeder Mensch wird das sein, wer er hat. Warum wir das mit dem Klor haben, es werden Fehler sein, dass es ein kleiner Chip ist, das hinter der Hütte geschoben wird, wo dort der Technologie saß, als er saßt werden ist. Die Bibel merkt, dass es sehr klar ist, dass kein Mensch, das hinter der Leche führt wird, mit dem Müll teken. Jeder, der das nimmt, wird klar weiter, was das bedeutet. Das wird weiter, wenn er dort nicht nimmt, kann er nicht schäuben, und nicht verschäuben. Und wenn er dort nicht nimmt, dann meint er, er wird auch nicht Antichrist umbieten als Gott, weil der Titel kam. So wird Antichrist die Technologie brücken? Yes, in der ökonomischen Welt brügt er die Technologie, um die Macht zu kriegen. Dann, wenn die Titel reich ist, und Gott zum Plan reich ist, und alles, was Gott hat angestellt, dann wird das Müll teken, da beendet. Und das Müll teken wird bloß ein teken sein, an der Hand, in den Stirn, wird bewiesen, wo er dort du stämst, mit Antichrist. Und die Technologie, wird beskriegt sie wiedergült. Finde auch ein Tag brücken, wie die Technologie alle. In China-Fananzien, das ist wel konfortig, wo er dort, und dann muss er wie versägen. Und man hat, es ist nichts, was man dort zu tun haben, doch, wo es andere Menschen, die ein Phone brücken, wo es nur eine Bank brücken, und andere Menschen brücken den Computer, und den Computer-System, also jeder Mensch, was eine Quinte hat, in der Bank, ist der Lola Bank. Die Nummer ist der Bank, deine Information ist der Bank, du hast eine Bank, gequänt, was Lola du? Du hast nichts, der Versteiger meier. So wir dürfen nicht Angst haben, nur biblische Prophezeiung, die Technologie zu brücken. Die Technologie hat nichts, mit dem Möltigen zu tun. Ich glaube, ich habe mich auf der Klo, wo die Bibel uns leert. Die Technologie in der modernischen Welt, wird sofort von der Obu sich wieder. Wenn das Möltigen kommt, und reicht die Hand, in und Stirn, das wird nichts elektronisch sein, aber das Wort besteht, wo du mit Antichrist stammst, und dann wirst du gerne die Technologie wieder brücken, weil nicht, dann wurde bis alle aufgelöst worden in den Computers, in der modernen Welt. Du wirst nicht mehr haben, dann. Das wird alle aufgelöst, dann. Aber da wurde, eins und zwei herangebracht, weil du dort nicht brücken kannst. Wenn du dort deine Technologie, deine Banken, dann all dort brücken kannst, wirst du erstmal beweisen, hast du das Tekken, hast du dort hier, hast du dort umstehen. Du hast alle in allen Tät, erst einmal die römische Regierung, und noch wieder drei, wort alle Tekens gebrückt, und schau, ein paar Tempelwäser aus, dort ins Klo wirft, wem dir die hierherdeit. Wenn du nennst, dann der Tekken, erst einmal die römische, in der babylonische Regierung, was es gebrückt wurde. Nicht das, 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 aber bloß das Tekken, dort diese Menschen, die hierherde dort. Dann wird es noch keine Technologie nehmen. So, von der ersten Tag, mag wir doch klar haben, dort mal Tekken saß, 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 und die Technologie sind zwei Dinge. Dort mal Tekken, saß, 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 es ist nichts elektronisch, nichts Technologie. Dort sind Tekken, was hierherde, und hierherde. Dort wird die Anzug nicht, hierherricks, hierherde Hütte schauern, wo war, für sich, wenn die ersten Tag, sei wie, die Technologie ist also so wichtig, dass man schon dauernd, dass man sich gehört hat. Die haben einen kleinen Computerchip, und dort wird vielleicht noch Bose, sich entwecklen, wo hat die Hinger die Hütte schuhe, eins, wo. Und dort, als die alle Reformationen, von der Bank, und von all ihr ganzes Leben, und die wird vielleicht sogar über die Welt reisen können, bloß mit, dort daunen, als es links und rechts, wo haben wir sich alle Hingerschuhe löten. Aber dort ist unsichtbar. Die Bibel sagt, das Tekken wird sichtbar sein. Dort ist der Unterschied. Du weinst, wie von der ersten Tag, nur Gottes Worten, und die Prophezeiung, dort hat Maltekken, wo hat nicht, als ein Computerchip kommen, über die modernische Welt, hier ist das Wort Antichrist Brücke. Die Bibel sagt uns, dort wird auf der Rechtehund oder Umstierung gejieft worden, und wird sichtbar sein, für dort ihr auch. Das Tekken wird behauptet, dort die Person, die hier der Antichrist, seine Macht, oder seine Königreich, wenn wir wieder nachdenken wollen. Die Frage ist, wenn ihr kennt das Maltekken, das, 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 das ist in Kraft. Aber mit von dem 70. Weg, der eine Weg, der sieben Jahre, war in der Daniel Kapitel 9, Vers 27, in der Offenbarung, Kapitel 4, der ich nie enthieren, beschrift von dieser Schreckliche Tüte, und die hat ans Klo unterverstoßen, dort hat aber Malt von der sieben Jahre, als wir das in Kraft haben. So, noch einmal, so wie in der biblischen Prophezeiung, und ich will nicht alle lesen, wenn wir zum Teil lesen, über die Offenbarung, Kapitel 4, der ich nie enthieren, also alles beschrieben, was in der Schreckliche Tüte passiert, dort ist nicht in chronologischer Staupe geschrieben, dort wird einmal von Anfang geredet, im nächsten Mal von einem von der sieben Jahre, Trieb soll steht, aber du hast es all aber nicht beschrieben. So, und du hast es ans Klo unterverstoßen, dort, dort Malteken, wird direkt dann in Kraft kommen, wann dort Bild kommt, aber mit von der sieben und halb Jahre. So, dreie und halb Jahre nennen, dann kommt dort alle an Kraft, und der letzte dreie und halb Jahre, wird dann, wo ein Mensch scheiße für scheiße wird, werden ich dort auch nehmen. So, die erste ist, es ist ans Phone dort Bild, nur das ist nicht. Die zweite Angst ist, es ist dort Malteken, ein elektronischer Chip, was hier die Küche schon war. Nur die Bibelische Prophezeiung nicht. Da hat nichts mit Elektronischer zu tun, wann dort Tekken gehen. Die Bibel sagt, klar, ich werde den Tekken sehen, hier am Stirn, und da wird nichts mit Elektronischer zu tun haben. Noch einmal, jetzt so tun, ein Antichrist, der falsche Prophezeiung, würde diese moderne Weltbrücke, die die Ökonomie unter ihre Macht kriegen. Und das würde sie dir bloß noch bieten, das bewiesen, wenn du das ohne Hand hast, und Stirn hast, dann kostet die moderne Weltbrücke, und die eine Jeltswirtschaft wieder schaffen, in Scheiben für Scheiben. Wenn nicht, dann wirst du nicht gehen. Die dritte Angst, was ist die dritte Angst, wo Menschen von der Öffentlichkeit für Angst haben? Die kommende jeltslose Gesellschaft, wird sich entwickelt. Was meine ich damit, wenn ich gesagt, die kommende jeltslose Gesellschaft, von der Öffentlichkeit habe ich Bankkarte, wir haben Credit Cards, da hat er die Kredite. Und von der Öffentlichkeit haben wir eine Jettlinie, wenn die Fläche, da kostet die mehr Geld, oder die Papiergeld. Die nehmen wir auch nicht. American Airlines, auch wo lange nicht. Du hast eine andere Jettlinie, die wir auch nicht mehr nehmen. Wenn du das reißt, und du weißt, wo das am Jettfläche, und du weißt, die du wirst, die du wirst, die du wirst, die du wirst, die du nicht mit der Resby hast, dann wird die erste Frau, oder hast du eine Debitcard, oder hast du eine Creditcard? Hast du eine Bankkarte, oder eine Tarjeta der Kredite? Eine Bankkarte ist, was du kriegst, wenn du eine Krente aufmachtst. Aber die Karte kostet die eins, die du wirst, die du wirst, und du wirst, die du automatisch, von der Bankkarte auf, solange du Geld hast, in der Karte. Dann hast du eine Tarjeta, was ich nennen, der Kredite. Das ist ein bisschen was andere. Du hast vielleicht 5.000 oder 10.000 die Kredite. Und das kostet die eins, was wir wirst, brücken. Jede ist, wenn du die Brücke hast, was du jährst, dann bedeutet, dass du hast, ein bisschen mehr Schulte auf die Karte. Und du musst das dann auftunen. Das sind die zwei Dinge, wo wir finden, dass du eine Böse entwickelt hast, und was du anwiesen hast, dass du ein Tag, was eine Geld lösen jetzt alles aufzunehmen. Wir wollen diese Welt sehen, mit kein Geld, in der Fülle, bloß man ein paar Karte. Und vielleicht auch eine, wo es alle Böse hat. Das würde die Welt in der Hand geben. In der Norden Welt, du brauchst noch nicht, wo du die Geld hast, mitnehmen, um das Geld zu werden. Wenn du eine Bank gekocht hast, eine Tarjeta der Kredite, und das Geld hast in deiner Bank, und du hast noch auf deine Tarjeta der Kredite, dann fährst du ganz einfach in der Norden Welt, und du brauchst nicht einmal in Papier, Geld, einen Cent, brücken. Das schafft alles so ein Fein. Und das ist so ein Händisch. So die Frau ist, soll ich Angst haben für dich? Nein. Das verstehe ich nicht. Wenn wir drei Gäste, ich würde nicht lesen, über eine Appenbarung, Kapitel 17 und 18, fangen wir von ein Geheimnis. Was meint ein Geheimnis? Die Bibel spricht, in der Prophezeiung, ein Geheimnis ist etwas, wo nicht euer erst offenbar war. Das ist ein Geheimnis. Wir würden noch Leute an Betalern entkommen. Paulus redet ein paar Städte davon. Ich würde in Geheimnis sein. In Geheimnis ist es, wo nicht euer erst von geredet wurde. Ob er doch Gott einen Plan hat und in seiner Zeit den Menschen offenbar hat. So sei es wie in Openboren, Kapitel 17 und 18, wird du in Babylonien sein. Wird ich immer Babylonien wie er erst in anderen Zeit von der auch schon da Irak genannt. Babylonien wird nicht viel von der geredet. Irak wird von der geredet. Ich würde mir den Hintergrund verstehen, wenn ich immer die Länder heute und die Städte heute und die Niemals gewechselt habe, dann wie Prophezeiung taub wurde. Ich würde Babylonien von der auch schon da erst den Irak und dort erst nicht so er bekommt. Saddam Hossein in seinen letzten Jahren als Irak Präsident und dann wird, dann wird eine Billion Dollar in Irak verbetert, dass sie diese elektronische Welt können entwickeln. Die Bibel sagt, dass Babylonien frisch in Kraft kommen in die 7 Jahre Triebselstätten in Kapitel 17 18. So wird die Welt elektronisch gett, mit Geld wie alle tun haben, dass die andere Christen die Welt ein Tag regieren und den Pochen aubrecken. Und in Babylon wird ein Darfraß abstehen, wo ein Darfraß in Kraft kommt, wo von Irak ist, dort biblische Prophezeiung wird antechriss seine Haupteconomie sein, wo alles der drehen wird. und sein Tron wird über Jerusalem haben, wo er regiert wird. Dort ist nicht so viele Jahre drei, dass mehrere Länder anfangen, dort elektronische Geld zu planen. Das dauert lange nicht. So die Hauptbank von China, UK, as United Kingdom, Kanada, und so noch mehr Länder planen, die Welt anrechte ihrer Länder wenigstens mit elektronisch Geld. Von diesem Tag sei wie China als eine Karte gekommen, mit den Westen steht in Erland in Brücke. Wo alle enthalten sind, wo sich reich Formen bekommen, weiß das selbst noch nicht. Präsent nicht von dem Tag . Und du hast von den Tag gekriegt, wo die Karte angefangen haben, wo die steht da. China ist über Du, wo die gelesen haben, dort in Westen Städter, haben die nicht umgegangen. Städter ist noch lange nicht reich für dort. Da wird elektronisch werden, Papierjeld verschwinden. Ich kann die nicht viel Jahre mehr sein. Vielleicht kann die noch sein, wo wir Papierjeld mehr haben, nicht mal wo die Nummer war. Das wird bis elektronisch gehen. In Wörter All anhält wird ich noch nicht. So ist die Hauptbank von China in UK United Kingdom in Kanada in mehr Länder noch haben. Mit der Bank soll sich entwickeln. So das ist die dritte Angst. Die kommende gelblose Gesellschaft. So sollen dort Angst merken? Nicht unbedingt. Wenn wir Angst haben oder nicht gewand werden. Und wenn wir dort klar verstehen können, nur Gottes Wörter soll uns nicht Angst merken, wenn die Technologie hat elektronische Geld noch nicht mit den Mollteken zu tun. Die Welt wird nicht mit der Technologie und die jelblose Gesellschaft entwecklen und vor ich merken. Und wenn der Dach kommt, was Gott sagt, was die Antichrist wird kommen, dann wird Brücke bei ein Ding wieder. Wenn du nicht die Technik hast, hier, rum an Stirn und reichen unter den Stirn, kostet diese Technologie nicht Brücke. Das wird verschieden erst. So wir nicht Angst haben, dass diese jelblose Gesellschaft haben. Das ist eine Händigkeit und ich kann nicht nennen, aber es ist eine lange Liste von dem was viel leichter merken, viel busier merken, viel hand merken und können andere Dinge nennen. kommen. So zum Schluss die Frage, soll die wahr ebblen Menschen Angst haben für all das? Wo wir hier haben, ist, wir sollen die Entwicklung und die Feenbäume sozusagen, dass Jesus fängt unter ihr in Reitemerk wie Jesus nicht weiter kommen. Und wo wir als wahr ebblen Menschen nennen gönnen? Und die biblische Prophezeiung noch, weil wir in 1. Thessalonicher Kapitel 1 Vers 10 gönnen. Du fängst wie im Tags. 1. Thessalonicher 1 Vers 10 Du sagtest an 1. Thessalonicher und 2. Thessalonicher schrift Paulus nur die Thessalonicher Tjork viel über die letzte Tid. Und hier sagt an Thessalonicher das hier sagt es gerecht. Der originalische Spruch sagt Euer. Die Bibel sagt uns von Offenbarung Kapitel Feuer der 9 Tieren wurde 21 Mal wo Gott sind Euer über diese Welt. 7 Segels wurden gemerkt, 7 Trompeite wurden geblast und 7 Kamer von Euer über diese Welt. Dort ist Gott sind Euer über diese Welt. Wo heute diese Welt Strophe der ambitierte Welt, die ambitierte Menschen in Sinnvoll Tränen und Drehen wird. Hier sagt Paul die Worte von den kommenden Euer geraten worden. So was gebt uns von Trost? Dort Paul sagt die Tastalonica Damen wann das kommen sie wurde geraten worden von dort. Sie würden nicht nennen können. Wir haben die Gedanke Paul das ein Geheimnis. 1. Korinther Kapitel 15 10 Wann du hand drehen du fängt wie in Tags wo Paul es zu Korinther schrieb und Korinther hatte den Trouble auf Christus wurde von dort abgestoßen und die Menschen gekommen hatte Korinther und die Angebung an von Ante Billet dort wird keine Auferstehung geben. Paul sagt Korinther sagt Und dann möchte er in der 50 Vers fange zu lesen. Er sagt So was sagt Paul es hier war ein Mensch. Er sagt das was nicht sein kann nicht Gott sein nicht in Himmel lernen. Das ist für diese Welt nicht für die kommende Welt. Dann sagt er hier in der 51. Versch Hör einmal her Ich sei dein Geheimnis Wir wurden nicht alle sterben Wir wurden über alle verändert worden. Für die Bibel sagt uns Paul noch Ich sage ich ein Geheimnis Ich sage nicht alle Menschen wurden sterben über alle wurde verändert worden. Dann sagt er wieder dort wird plötzlich kommen in einem Tragen wird nicht sterben dann wird dort wirklich so sein als dort geschrieben steht die sich hat den dort abgeschluckt dort wo es den Stachel dort wo es den sich die dort sind Stachel ist der Sinn in in die Sinn ihrer Kraft ist dort gesetzt über Gott soll gedankt worden der uns der Herrn Jesus Christus den sich gebt du weh in meine lewe breite stutt fast lot nicht am schmieden nehmt immer Tau in die Arbeit für den Herrn denkt du an dass die Arbeit nicht für Jesus ist so Paulus sagt in diesen Tag er sagt hör mal her das Charpa kann nicht in die Ewigkeit nehmen aus verhebende Menschen das Charpa ist ein verweseliger Charpa und hier ist dort bin aber wenn dort kommen wird die verhehrliche Charpa in der Seid wird kommen wenn die Absteuhen in Christus und die verhebende Menschen dann wird die unverhebliche Charpa geben und dort einen kommen aus einem Jugendblick nicht alle sterben die Frau ist dann wenn er passiert ist 3 1 Test 4 Kapitel 4 fängt wie ein Aufschnitt wo uns wies das nach meiner Bibel fahre wo ich nicht nennen von dem dort wenn das schrecklich geht den 70 Weg anfängt dann wird was passieren was die Bibel sagt was aus einem Jugendblick sind nach wo sie als dort noch die Kirche wurde und wo all die Menschen in Christus geschliffen sind wo abstehen wo auf der steuern sind dann sagt er die die geblieben sind wo nicht sterben in der Tid verändert wurde das ist ein Jugendblick die viele Menschen es des Tags bekommen das sagt 3 vers bräude wir wollen nicht um anklaren loten über die die all gestorben sind dort die nicht rühren brauchen so als die die keine Hoffnung haben weil wir glauben dass Jesus gestorben und von dort abgestoßen ist was Gott durch den Herrn Jesus und mit am taub auch die nur sich nehmen die all angeschloppen sind das sei wir mit Jesus in eine wird dass wir die nicht vorab kommen die all angeschloppen sind der Herr wird selbst von Himmel rauf kommen und sein was passieren soll die hechte Engel wird raupen in Gott seine Person wird geblast worden dann wurden die im Glauben an Christus säulich gestorben sind zu ihr stop stehnen dann wo wir die leben geblieben sind mit am ab die wald mit genomen worden in unseren herren begehen und dann wo wir immer bei am sein mit diese wird trest oeinander nicht alle taugfotos ist ich verstehe noch Gottes wo kommt ein Tag wo die Bibel sagt dort noch auf dem Kapitel 1. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 3. Und dann sagt er, wenn er bleibt. Und da hat er nicht einmal gesagt, ob die Bibel noch bei der Sintflut. Und Gott sagt, er wird reinget. Und er bleibt dort. Und er hat bewohrt ihn. Er hat ihn nicht in diese Welt herausgenommen, aber er hat bewohrt ihn. Wir sagen dort, wir sind in Komura, wie nicht die ganze Welt, wie bloß zwei Sterer. Als Gott sagt, wenn er die Leute da ist, dann sagt er, wenn er seine Seine da weich nimmt. Wenn Abraham unterhüllt sich mit dem Herrn, wenn er die Bewege nicht in Komura wird, wenn der Herr mit zwei Engeln hält bei Abraham an. Und dann sagt Abraham, dass er nicht in die Wege, dass er den Gerichten, mit den Angerichten, anzubringen ist. Dass er nicht, dass Gott schrauben wird. Wenn Gott sieht, wenn er diese Welt gibt, als er eine Sintflut, er ist in Komura, dass es ganz was anderes ist, als wenn es in der ersten Nacht größte Eerbeben sind, oder andere Dinge, wo viele Christen in die Amt kommen. Wenn Gott sieht, wenn er diese Welt gibt, dann nimmt er seine Menschen in die Wege. Und Gott wird nicht seine Menschen in die Amt bringen. Und du weißt, sei wie dort, dort, wenn die Schreckliche Tüte kommt, nur diesen Tagsrutsch, was wir gelesen haben, in der 1. Thessalonians 1, Vers 10, Offenbarung 3, Vers 10, 1. Korinther 15, 50, 58, und in der Thessalonians feiert, 13, 38, dort wird ein Tüte kommen, wo wir eine prophetische Sprache nennen, eine Entrückung, eine Wachgerätsung. Und alle Wachbereibungen der Menschen, die dann leben, wenn dort kommt, wo die Wachgerätsung wurde, und verändert wurde in einen Augenblick. Und dann wurde Antichrist, der erste Siegel, das wurde gemerkt, der wurde ab dem Wetterpieter, der wurde ein Bürger gehabt, ohne eine Fehl. Dort ist Antichrist, der wurde kommen, übernehmen, ohne Trich. Das wurde gemeint, er hat ein Bürger in der Hand, ein Flitzbier, über eine Fehl. Die Prophezeiung, die Ausleitung, die die Bände, er wurde übernehmen, ohne Trich, in den ersten 3,5 Jahren. Dann ab dem März von den 3,5 Jahren, dann wurde er seine klare, klare Wiese, wie er ist. Und dann wurde er schon in den letzten 3,5 Jahren. Aber die Bibel sagt uns, alle wahrergeborenen Menschen wurden beschützt worden von dem. So, was können wir sagen, im Schluss? Warrergeborenen Menschen haben ein Versprechen, dass sie bewahrt bleiben, dass Gott über diese Welt nicht gut wird. So, wenn Menschen Angst haben, für das Bild, das ein Tag kommen wird, und reden wird, sie will nie leben, Aus wahrergeborenen Menschen. Wenn Menschen Angst haben, dass sie das Molltägen kriegen, sie werden von diesem Tag leben, was wahrergeborenen sind, nur Gott seine Prophezeiung noch nicht. Sie sind hier da nicht. Darf man Menschen von diesem Tag Angst haben, für die jahrelöse Gesellschaft? Nein. Wenn es dort in der Welt wird, wird es nicht weggezogen. Und wenn es so ist, dass sie etwas broken, sie Molltägen sind, alle wahrergeborenen Menschen hier, wo ich bin, so die Frage, soll die wahrergeborenen Menschen Angst haben, für all das? Und Gottes Prophezeiung nicht. Wir sollen uns frei sein, wo Gott seinen Plan in der Fallung geht. Wie sollen viele Dinge passieren, wo Jesus in 2. Kumpel abgehren, wo es keine Prophezeiung, was auf Platz fallen, von Jesus in der Welt kamt, und wir abgehoben wurden, am gehen vor. Verdammel ist die Propheteiung aufmahe. Aber diese Prophezeiung, die wir sollen langsam entwickeln, in die Hand sehen, wie Allah, und Jesus sind 2. Kommen, auf diese Ede. Mocht Gott sehen, wie es gesehen wird, und wie es die Bibel sagt, sehen, wie es als wahrergeborene Menschen, uns trost, Friede und Maut geben, um veramte leben, was die Dage kommt. Als er uns in Hüse nimmt, er ist wieder für die Entrückung nicht. Aber das soll uns mit geben. Wenn ihr Fragen haben über dieses Programm, dann könnt ihr uns auf unsere E-mail schreiben rdoy 9feld 01 arroba gmail .com Oder auf WhatsApp Nummer 591 770 60 01 01 Ich bin Sie und Ola eine gute Wege Gottes Rücken Segen mit Ihnen.